Das iPhone wirft seinen Schatten voraus, aber wir wollen nicht über das iPhone 16 sprechen, naja, vielleicht so ein bisschen am Rande, sondern wir wollen in der Hauptsache mal einen Blick über den Tellerrand des kommenden Apple Events werfen. Wo steht das iPhone eigentlich insgesamt gerade so nach den vielen Modellgenerationen? Wie kann die Reise weitergehen? Das sind Fragen, denen wir uns hier heute widmen wollen in Folge Nummer 80 des Mac & i Podcasts. Und damit herzlich willkommen, ja, traditionsreich im klassischen Setup. Auch wir verändern uns nicht, so wie das Design des iPhones. Hallo lieber Leo Becker. Ja, über Generationen in derselben Hülle, in derselben Form geblieben. Ja, genau. Nur der Prozessor wird immer besser. Ja, wobei, wobei ist auch nicht. Aber als Speicher-Upgrade könnt ihr schon auch gebrauchen. Ein bisschen Intelligence wäre nicht schlecht, ja. Ja, genau. Das kann auch nicht schaden. Ja. Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht die Gerüchteküche weiter befördern. Wir nehmen dies ja auf, wenige Tage bevor, am 9. September, das Apple-Event vermeintlich zum iPhone, selbst das wissen wir ja nicht gesichert, aber es ist sehr wahrscheinlich, dann stattfindet und das iPhone 16 wird dann vorgestellt. Aber wir haben uns so gedacht, einfach mal weiterblicken, denn wir vernehmen ja gerade dieser Tage, lustigerweise so kurz vor einem konkreten Apple-Event, ja auch viele Gerüchte, die ja eben in die Zukunft deuten, wo dann eben schon es um Modelle geht, mindestens im Jahr 2025, wenn nicht sogar weitergehend. Und es wird ja eben auch viel diskutiert über die Frage, naja, Smartphone, ist das nicht eigentlich ausentwickelt? Ich weiß nicht, Leo, wie geht dir das? Das heißt, wo stehst du in dieser Debatte um die Ausentwicklung des Smartphones? Das ist natürlich eine interessante Frage und eine interessante Debatte, weil wir ja eben gesehen haben, wie du schon zur Einleitung scherztest mit den Generationen, die sich nicht verändern. Und so ist es natürlich. Also es ist ja nicht nur beim iPhone spezifisch, sondern eigentlich in der ganzen Branche hat man das ein bisschen das Gefühl, dass ein relativ, also seit Jahren eine kleine Art von Stillstand oder ein Stillstand ist vielleicht übertrieben, aber es ist die, die Fortentwicklung ist deutlich langsamer geworden, als sie halt einst war. Und die großen Sprünge, die vielleicht bei uns noch so präsent sind in der, wenn man diese ganze Geschichte halt zurück mitbekommen hat, praktisch von Anfang an, dann wirkt halt alles jetzt besonders langsam natürlich. Und von Jahr zu Jahr geht es halt einfach mit kleinen Verbesserungen voran, die dann natürlich zusammengenommen immer noch nett sind. Und wir haben ja auf der anderen Seite den positiven Effekt, dass man halt auch sagen kann, hey, das iPhone kannst du auch drei Jahre, das kannst du auch vier Jahre, das kannst du sogar theoretisch fünf Jahre lang benutzen, ohne jetzt wirklich, ja, also ich meine die Hardcore, die Profi-Nutzer und so die richtigen Dauernutzer, die sagen natürlich, okay, nach ein, zwei Jahren, ich hätte jetzt gern was Neues, ich möchte halt doch die allerbeste Kamera und ich möchte doch halt Feature XYZ, was dann nur bei den neuen Modellen gibt. Aber so für den normalen, für die meisten normalen Nutzer, mit einem drei, vier Jahre alten iPhone, hast du eigentlich, hast du ja kaum mehr Abstriche dann. Ja, ja, ich würde es, ich würde es dahingehend für mich ein bisschen umdeuten, dass ich sage, wir sehen ja eben in den letzten Jahren eine sehr immer stärkere Spezialisierung des iPhones. Also das eben diese, wir kommen ja aus diesem Zeitalter, die ersten zehn Jahre waren ja geprägt davon, dass du wirklich Entwicklungsschritte hattest, die waren einfach Common Sense, die haben diese ganze Technik vorangebracht. Keiner hat sich nach dem Retina Display das alte Pixel Display dann zurückgewünscht oder eben auch bei den Kamerasprüngen am Anfang waren dann solche Gefälle dazwischen, die einfach allen etwas gebracht haben, dass es völlig klar war, das ist das bessere iPhone jetzt. Und diese Wahrnehmung, ist das iPhone wirklich besser geworden? Glaube ich, hängt sehr stark eben jetzt mittlerweile damit zusammen, was man damit treibt. Also nimmt man jetzt mal den Kernpunkt eines jeden Mobiltelefons, die Telefonie, könnte man ja sagen, hat ja eigentlich die Entwicklung des Smartphones irgendwie schon nach dem iPhone 3G aufgehört. Nimmt man aber jetzt andere Felder, wie zum Beispiel gerade die Kamera, die ja von vielen wertgeschätzt wird, stellt man ja schon fest, wenn man mal so ein altes iPhone 10 oder so in die Hand nimmt, dass sich da ja doch gewaltig viel getan hat noch in den letzten Jahren. Also dass man da eben eine ganz andere Art von Fotografie, und ich möchte ja sogar sagen, sogar ja professionellen Maßstäben genügend, wenn wir jetzt dann eben an 10-Bit denken, wenn wir eben daran denken, dass man in ProRes aufnehmen kann direkt auf eine SSD. Wer hätte sich das vorgestellt damals bei dem iPhone X, diesem Auftakt zur neuen Dekade, dass Apple solche gewaltigen Entwicklungssprünge binnen weniger Jahre vollziehen wird und dass das iPhone einfach mehr ist als so eine Taschenknipse, die man halt immer zur Hand hat. Also ich glaube, es hängt sehr stark davon ab. Aber wir sehen jetzt ja gerade mit Blick auf das iPhone 16, zumindest die Gerüchtelage, wir lassen uns natürlich gerne überraschen, dass ja eben jetzt dieser Spezialisierungsgrad schon sehr in die sehr kleinen Details reingeht. Wir reden über einen Kamerabutton. Also ich meine, letztes Jahr war es der Actionbutton, jetzt haben wir noch einen Knopf. Also wir sind jetzt im Zeitalter, wo ein Knopf schon eine Sensation darstellen kann. Ja, also der Actionbutton, der hat ja natürlich erstaunlich viele Diskussionen im letzten Jahr ausgelöst und ich finde den nett und würde den sozusagen nicht von der Hand weisen als eine sinnvolle Erweiterung im vergangenen Jahr. Aber mich hat diese Diskussion ein bisschen kalt gelassen, muss ich sagen, jetzt im letzten Jahr. Während ich zum Beispiel persönlich mich sehr stark auf diesen Kamerabutton freue, weil der mir durchaus merklich fehlt am iPhone, wenn der tatsächlich jetzt so ist, wie er gerüchtet ist, wie ich mir ihn vorstelle, ist das eine tatsächlich eine Kernfunktion, die es bis jetzt in dieser Form halt am iPhone so zumindest nicht gab. Weil der Actionbutton liegt ja auch praktisch auf der falschen Seite des iPhones, um halt sinnvoll als Kamera, als Auslöser genutzt zu werden. Und wenn der, dieser neue Kamerabutton jetzt eben offensichtlich auf der richtigen Seite liegt, also auf der gegenüberliegenden Seite, da wo halt die Standby-Taste ist und du den halt auch ein bisschen diese alte klassische Geschichte, dass du den ein bisschen drückst und dann fokussiert halt die Kamera und dann drückst du noch weiter und löst halt aus. Also alles, was man so ein bisschen auch aus der klassischen Kamerawelt kennt, und dann weiß ich, dass das ein Button ist, den ich höchstwahrscheinlich massiv nutzen werde. Und das heißt, der ändert meine Alltagsverwendung eines Gerätes, was ich halt seit 15 Jahren verwende oder wie lange auch immer das iPhone inzwischen gibt, verändert dieser Button unter Umständen. Vielleicht deute ich in den jetzt auch mehr rein, als er dann am Schluss bietet oder bringt, aber ich könnte es mir vorstellen, dass der eben doch etwas so Neuartiges mit sich führt. Jetzt zumindest für meine Nutzung, wo halt die Kamerakomponente schon auch sehr stark im Spiel ist. Ja, verstehe mich nicht falsch, ich wollte jetzt nicht den Kamerabutton schlechtreden oder mich doch ein bisschen lustig gemacht, habe ich mich ja schon über ihn jetzt. Aber ich sehe diesen Anwendungsfall, den du beschreibst, bei mir tatsächlich auch. Meine große Sorge ist eher, dass ich mir nach 16 Modellgenerationen des iPhones irgendwie jetzt aber dermaßen angewöhnt habe, über das Display zu gehen, dass diese wunderbare neue Möglichkeit erstmal brach liegt. Und aus diesen Strukturen herauszubrechen, man hat es immer so gemacht, das ist mir eben auch gerade am Action-Button aufgefallen, der eigentlich auch einen praktischen Nutzen hat. Aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich doch zum Beispiel über das Kontrollzentrum dann irgendwie eine Funktion auslöse, die ich mir auf den Action-Button gelegt habe. Also es ist am Ende halt auch so ein bisschen Gewöhnung. Interessant finde ich am Kamerabutton, wenn er denn kommt, vorausgesetzt, ich meine, einige werden über diesen Podcast lachen, wenn sie ihn nach der Kino hören. Okay. Aber dass dieser Kamerabutton ja auch das Eingeständnis Apples ist, dass das iPhone ja mehr und mehr eben eigentlich zu einer Fotokamera mit Telefonfunktion sich entwickelt hat und eben weg von dem klassischen Mobiltelefon. Man hat ja am Anfang, glaube ich, hat man das gar nicht so gesehen, dass das Thema Kamera so potenzialreich ist. Mit den Jahren hat man das gesehen, aber man hat immer so den Anschein gewahrt, dass es ja eben am Ende doch eben keine klassische Kamera ist. Und das mit, sagen wir mal, Fokusfunktion, dass du eben leicht draufdrückst und dann den Autofokus damit steuerst und dann durch Durchdrücken mit Auslösen, das ist ja eigentlich das Zugeständnis schlechthin für mich, das iPhone ist eben auch vor allem meine Kamera. Ja, es ist natürlich eine in Hardware gepresste Form, die denen das plötzlich noch mal mehr signalisiert, dass es halt eine Kamera ist. Wobei, wenn du dir natürlich allein das Kamerasystem an den Pro-Modellen anschaust, dann hat das iPhone zumindest jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sowieso schon gar nicht mehr versucht zu vertünchen, dass da irgendwie die Kamera halt so eine massive Rolle eingenommen hat. Und ich meine, Apple war da gar nicht so der große Vorreiter, was das angeht, weil wir haben ja gesehen, auch in der Android oder überhaupt in der restlichen Smartphone-Welt, dass es da immer wieder einzelne Hersteller gab, die viel stärker auf diese Kamera, auf dieses Kamerakomponente aufgesprungen sind und auf diese Idee, hey, das ersetzt eine klassische Kamera halt. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, ob das von der Qualität her halt tatsächlich dem dann jeweils gerecht wurde oder nicht. Aber inzwischen sind wir natürlich auch von der Hardware auf dem Level angelangt, wo halt alle Spitzenmodelle, die du jetzt halt so kaufen kannst im Herbst 2024, dass du aus all den tolle Fotos, also tolle Fotos liegt vielleicht auch an dir selbst, aber von der qualitativ hochwertige Fotos theoretisch rausholen kannst und damit diese, also ich meine, dann sehen wir, wir sind ja, die Kameras machen ja, also wir haben jetzt ein Level erreicht, dass sozusagen eben die Qualität so oder so da ist und jetzt sehen wir ja, dass der nächste Umbruch passiert. Also auf einem, auf einer Seite haben wir eben diese computergestützte Fotografie, die inzwischen ja auch schon wieder so leichte Gegenbewegungen erlebt, weil Leute halt sagen, die Fotos sind mir eigentlich so ein bisschen überzeichnet und bei Samsung ist es irgendwie ein bisschen stärker, wo es halt dann vielleicht knallbunt wird, aber auch bei denen, wenn du dir die Fotos seit, also beim iPhone 15 Pro, aber auch vor allem seit dem iPhone 14 Pro ungefähr anschaust, du merkst halt, dass Apple mehr und mehr macht, ja, also mehrfach Belichtungen und die ganzen Bilder zusammenzurechnen und dann manchmal wird es irgendwie flauer, als es sein sollte, weil halt Kontraste fehlen, um halt möglichst viele Elemente sichtbar zu machen und da ist ja auch was, wo dann gerade so der klassische Fotografen vielleicht an einem gewissen Punkt sagt so, hm, jetzt bin ich auch nicht mehr so super glücklich mit dem Ergebnis und dann sehen wir auf der anderen Seite jetzt gerade, was Google angeht, dass wir halt in eine Welt abdriften, wo einfach du dich am Schluss hinsetzt und halt den Text sagt, montier mir drei Pandas in meinem Urlaubsfoto und dann sind halt im Hintergrund drei Pandas in dem Urlaubsfoto. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, der passt auch gut zum Thema unserer Sendung heute. Es geht ja auch um die Frage, wie wagemutig ist Apple und müsste Apple in Zukunft beim iPhone wagemutiger werden? Also ich sehe so in den letzten Jahren und gerade auch mit Blick auf die Kamera aus meiner Sicht wohltuend, dass Apple recht konservativ vorgegangen ist. Ja, natürlich hätte ich mir oft diesen 50-fach Zoom von Samsung gewünscht, aber nachdem ich mal ein paar Beispielbilder gesehen habe, war ich dann doch recht zufrieden damit, dass Apple gesagt hat, fünffach reicht, wenn das Ergebnis exzellent ist. Und selbst da haben wir dieses Dilemma gesehen, dass dann eben der Dreifach-Zoom, der vorher super war, also das ist ja nicht Zoom-Tele für alle Kamerapuristen, das Teleobjektiv, dass das ja plötzlich dadurch, dass es dann digital gesoomt wurde, eben dass dieser Gap zwischen zweifach und fünffach eben plötzlich nicht mehr so schön war, wie er vorher war. Dass also selbst solche kleinen Abstände Probleme sind, wenn jetzt Apple auf zehnfach gegangen wäre, dann hätten wir einen riesigen Bereich mit digitalen Tele gehabt oder Apple hätte noch eine Linse spendiert, aber auch das wäre ja nicht jedermann recht gewesen. Also Apple geht recht konservativ vor im Vergleich zu den anderen, aber wie ich finde, halt auch recht konsolidiert und mit einem relativ hohen Qualitätsanspruch an das, was sie da machen. Jetzt sind wir aber schon so am Scheideweg, dass ich eben sehe, dass zunehmend, du hast Google mit dem Pixel Pro erwähnt, Influencer fangen ja jetzt langsam an, es hip zu finden, dann doch mal ihren Google-Handy in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, die machen aber tolle neue Sachen, damit die Apple sich nicht traut. Wie siehst du das? Muss Apple mit Blick auf die nähere Zukunft da jetzt doch mal ein bisschen progressiver werden? Oder ist eigentlich diese konservative Erfolgsformel immer noch genau die richtige, gerade als Gegenpol zu denen? Ich hoffe selbst auch, dass sich Apple da noch ein bisschen dran klammert, da relativ konservativ heranzugehen, weil ich, also wenn ich mir anschaue, was du jetzt auf dem Pixel 9 halt einfach KI-seitig machen kannst, da sind schon viele Kinder zugleich in Brunnen gefallen. Also das, und ich weiß halt auch nicht mehr, ob wir diese Geschichte halt wieder zurückgedreht bekommen. Also da ist auf einmal, das ist jetzt da und das ist einfach vorhanden. Und ich meine, klar, da gibt es immer dieselbe Diskussion drum, weil Leute sagen, Fotos waren schon immer Manipulationen unterworfen. Sozusagen das Foto selbst erzählt keine Wahrheit, weil das Foto selbst ist sowieso auch schon ein Framing von irgendeinem Ereignis. Und das ist alles richtig, aber trotzdem sind wir halt jetzt plötzlich auf einem anderen Niveau gelandet, wenn du halt, ja gut, Pixel hat jetzt vielleicht nicht viele hunderte Millionen von Nutzern, aber wenn du dir vorstellst, dass Apple mit vielen hunderten von Millionen Nutzern halt jedem in seiner Kamera-App oder in der Foto-App einfach die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, mach mir mal diese Elemente ins Bild. Und die sehen dann halt wirklich auch gut aus. Weil der Witz ist, und das kann man nämlich Google auch nicht absprechen, ist, dass die Elemente, die sie da einsetzen, also die KI, die jetzt diese Bilder modifiziert, zumindest die Ergebnisse, die zum Beispiel bei The Verge zu sehen waren, die sahen richtig gut teilweise aus. Also so, dass die Elemente nicht einfach wie Fremdkörper, also die KI erzeugten, generierten Elemente nicht wie Fremdkörper im Bild waren, sondern die sahen wirklich, in vielen Fällen zumindest, mindest wie echte fotografierte Objekte aus, die an diesem Ort waren. Und das hat mich dann doch etwas erstaunt, weil damit haben wir auch wieder einen Schritt, einen Schritt mehr gemacht oder sind irgendwie über diesen Abgrund, also hinausgerannt, wo du dann eben merkst, okay, das hat jetzt ein Level auch erreicht, wo es, wo die Qualität so gut ist, dass du praktisch nicht mehr unterscheiden kannst, ob ist das KI generiert oder nicht. Und da auch, ja, also das Bild ja auch nicht wirklich irgendwie groß. Ich meine, irgendwo in den Exif-Daten steht dann wahrscheinlich drin, hey, hier ist irgendwie Google kein Homeback. Aber ich meine, gut, Exif-Daten ist halt albern, ja, weil die kannst du natürlich auch einfach wieder rausstreichen und fertig. Ja, vermutlich werden wir auch in Apples Fotos-App künftig ein Vermerk sehen, so ein kleines Mini-Flag-KI. Aber ich gebe dir recht, also zwei Gedanken dazu. Das eine ist diesen Authentizitätsbegriff, über den haben wir ja schon am Beispiel diskutiert, eben dieses Processing in dem Smartphone, in dem Prozessor, dass eben der bildverarbeitende Prozessor dafür gesorgt hat, dass eben die Sachen ja viel besser aussahen, als sie eben als Raw-Image vom Sensor aussahen. Und wo ja dann auch schon dann darüber debattiert wurde, na ja, das ist ja gar nicht mehr die Realität, obwohl das ja unserer empfundenen Realität, so wie wir sie mit eigenen Augen sehen, noch ziemlich nahe kommt. Also diese Diskussion fand ich persönlich immer abstrakt, weil ich lege nicht persönlich Wert darauf, dass ein Bild optisch originalgetreu von der Linse kommt. Das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Für mich ist wichtig, dass das Bild so aussieht, wie ich es gesehen habe. Und das ist für mich da mit dem Wahrheitsbegriff verknüpft. Das jetzt, was wir jetzt sehen, und das ist der zweite Gedanke, Apple Intelligence, wer das schon mal ausprobiert hat jetzt, in der EU ist es ein bisschen schwierig, aber man kann es ja jetzt ausprobieren, mit der Clean-Up-Funktion. Da sehen wir zwar noch nicht die von dir genannten Panda-Bären, die man integrieren kann, aber wir können die Panda-Bären rausnehmen. Und nein, das macht ja auch schon unglaublich etwas. Ich habe zum Beispiel vorm Heisegebäude einfach mal die Laternen und das Firmenschild weggenommen. Und das sah so echt aus, dass ich gedacht habe, wow, wenn ich das jetzt jemandem zeige, der es nicht anders kennt, der würde mir abkaufen durchaus, dass das da so aussieht. Und das ist ja auch schon eigentlich krass, weil das unseren Echtheitsbegriff bei der Fotografie ja völlig auf den Kopf stellen wird. Und wir uns wären unweigerlich, ohne dass wir es merken, in sozialen Netzwerken und so, diese Bilder über den Weg laufen. Sei es nur eine Laterne, die ja nicht da drin ist, aber die Frage von Ästhetik und auch wie, sag ich mal, diese Trends gesetzt werden, was ist denn ein ästhetisches Bild? Ist ein dahingehend unbearbeitetes Bild künftig eigentlich noch überhaupt als ästhetisch denkbar? Ist ja eben auch eine Fragestellung, die da kommt. Ich weiß, ich reiche jetzt weit über das iPhone-Thema hinaus, aber das iPhone wird dort ja Helfershelfer auf dem Weg dorthin sein. Es ist natürlich lustig, dass wenn man sich über die Zukunft des iPhones und auch insgesamt der Smartphones unterhält, dass man halt einfach so stark in diesem Kamera- und Fotothema landet, jetzt automatisch, bloß halt durch generative KI befeuert, durch die ganzen Probleme, die darum halt geknüpft sind. Aber das sind jetzt halt einfach die Entwicklungen, die das Smartphone halt so dominieren. Und wo wir ja auch schon gesagt haben, das ist halt in den letzten Jahren, ist ja mit eins der größten Verkaufsargumente auch geworden, wahrscheinlich auch für die meisten, die hier zuhören und für dich und für mich sicher auch. Was passiert halt bei der Kamera? Was kann das neue iPhone halt? Was sind die Kamerafunktionen oder Verbesserungen? Und jetzt auch, ich meine, wir unterhalten uns nächste Woche über das iPhone 16 oder über das iPhone 16 Pro wahrscheinlich vor allem spezifisch. Aber so Sachen, die da im Raum stehen, dass halt das Ultra-Weitwinkel, dass du da halt auch einen 48-Megapixel-Sensor hast und dann darauf zu hoffen, dass diese Weitwinkelaufnahmen halt von der Qualität her halt nicht mehr so kaputt gehen, wie sie jetzt im Moment kaputt gehen. Weil es ist halt einfach schade. Du hast sozusagen diesen einen sehr guten Chip für ein kleines Smartphone und dann hast du halt noch diese zwei zusätzlichen Linsen, die halt so OK-Bilder liefern. Und ich glaube, Leute fotografieren eigentlich gerne Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel. Und deshalb wäre es halt schön, dass wir jetzt irgendwie so schrittweise sehen, dass halt und natürlich dasselbe fürs Tele, wo wir das sehr, das ist ja auch erst wirklich für die Zukunft, Zukunft im Gespräch, dass halt das Tele vielleicht dann im nächsten Jahr, so mit dem iPhone 17 Pro oder 17 Pro Max, wie auch immer Apples dann auffächert, da halt das Tele dann eben auch auf dem 48-Megapixel-Sensor ankommt und du dann halt die Überlegung hast, dass du wirklich, egal mit welchem Objektiv, mit welcher Linse du fotografierst, du am Schluss halt wirklich ein so gut wie mögliches Bild halt aus diesem ja sowieso halt eben sehr kleinen Sensor rausholst, weil der Physik bleibt natürlich da auch Apple und bleiben natürlich auch die anderen Hersteller unterworfen oder den physikalischen Begrenzungen, die halt ein Smartphone nun mal hat, was ja auch eben überhaupt eben Zoom dann wirklich oder ein richtiges Tele und den optischen Zoom halt angeht, da wirst du natürlich beim Smartphone irgendwie nicht so richtig weiterkommen, glaube ich, außer wir bauen immer wildere Geräte, die halt dicker und größer sind und es sieht ja eher so aus, als geht die Reise ja mehr in Richtung dünner wieder bei Apple, wie wir schon beim iPad jetzt gesehen haben. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen, weil der Physik gilt, auch Apple fällt weiterhin mal einen Apfel auf den Kopf. Meistens. Meistens, ja, ja. Jetzt sind wir sehr im Kamerathema und ich finde eigentlich auch schon sehr wieder beim 16er gelandet, aber natürlich, wenn man das direkt vor sich hat, ist es natürlich das Thema, wo der Fokus sich drauf richtet. Wir hören jetzt aber ja mit Blick auf das iPhone 17, du hast gesagt, beim 17er hören wir einerseits Kameragerüchte, dass eben diese Prisma-Kamera da weiterentwickelt wird. Jetzt soll es ja erstmal wohl darum gehen, dass das Pro sie auch bekommt und dann hören wir aber davon, mit dem 17er soll es etwas ganz Neues geben. Das iPhone soll dünner werden. Lange haben wir von einem Ultra gehört, jetzt hören wir von einem Slim-Modell und das würde ja eigentlich ganz gut passen. Wir haben jetzt ja im Mai das erste Mal das iPad Pro mit M4 gesehen, das ja eben auch schon spürbar dünner geworden ist. Wie stehst du dazu? Also muss das iPhone eigentlich für dich dringend dünner werden? Ich bin da so ein bisschen zwiespältig, was diese Rückkehr zu dem hohen Ziel, Geräte immer dünner zu machen, angeht. Weil Apple hat diese Strategie ja mal eine Zeit lang sehr konsequent gefahren, auch noch unter Johnny Ive natürlich, der da, glaube ich, sehr interessiert dran war, zu dieser puren Form seiner Gerätschaften zu kommen. Und diese pure Form bestand natürlich durchaus auch da drin, die so dünn wie möglich zu machen. Und das ist natürlich optisch oder vom Design her natürlich sicher ansprechend. Aber wir haben halt auch gesehen, zumindest in der Vergangenheit, dass du halt immer massive Einbußen an anderer Stelle machen musstest. Also sei es das iPhone 6, was du ja wirklich mehr oder weniger durchbrechen konntest oder was halt einfach von der Stabilität nicht dem entsprach, was man vorher auch von iPhones einfach gewohnt war. Und was sie ja dann auch nachkorrigiert haben, schon beim 6S dann von der Gehäusebauweise. Aber und natürlich auch im Hinblick auf den Akku ist es, also ich meine, ich habe lieber mehr Platz für den Akku und habe dann einen größeren Akku als jetzt ein dünneres Gerät. Auf der anderen Seite ist jetzt beim iPad oder beim iPad Pro spezifisch, ist es natürlich schon sehr ansprechend, ein so besonders dünnes Gerät zu haben. Und da das iPad Pro ja jetzt mal auch praktisch auf fast alle Anschlüsse verzichtet. Kann man da, glaube ich, das Argument bringen, dass es okay ist, dem hinterher zu gehen wieder. Also wenn du, die Frage ist halt, wie viele Kompromisse musst du machen und was davon lässt sich halt ein bisschen im Zaum halten. Und ich glaube, beim iPad Pro haben sie jetzt ja sehr stark darauf geachtet, dass die Stabilität halt zumindest nicht drunter leidet. Wir haben jetzt, ich meine, da gab es natürlich am Anfang auch die Videos von Leuten, die irgendwie versucht haben oder die, die natürlich zerbrochen haben. Also du kannst natürlich jedes Gerät irgendwie zerbrechen. Die Frage ist ja, hat das im Alltag, also ist das für dich in der Alltagsnutzung eine Einschränkung, wo du dann plötzlich halt ein kaputtes iPad hast, weil es jetzt dünner war. Es sieht nicht danach aus, würde ich sagen. Und bei den MacBooks war es ja auch so. Es ging eine Zeit lang, wurde halt alles immer dünner und dünner und die Anschlüsse sind rausgeflogen. Und irgendwann haben Butterfly Keyboard, also wir hatten ja vier Jahre Desaster letztlich, was auch nach diesem Streben nach immer mehr Dünnheit geschuldet war und dem halt alle Anschlüsse raus aus der USB-C und dieses wirklich furchtbare Keyboard. Und es hat dann, ja, hat vier Jahre gedauert, plus minus, bis Apple das wieder rumgerissen hat. Das war ja eine riesen, riesen Kiste bei den MacBooks, die sie dann zum Glück wieder in den Griff bekommen haben. Aber dadurch auch, dass zum Beispiel das MacBook Pro wieder deutlich dicker geworden ist, hat dann auch wieder mehr Anschlüsse gehabt. Und du hast natürlich, hast halt einfach ein dickeres, ohne Frage ein dickeres Gerät. Aber ich war froh, dass wir zumindest bei MacBook Pro in diese Richtung zurückgekehrt sind. Bei MacBook Air ist ja immer noch ein sehr dünnes, ist ja ein dünnes Gerät geblieben. Und deshalb ist es beim iPhone, um zum iPhone zurückzukommen, beim iPhone so, dass ich mich nicht dagegen wehre, wenn das iPhone dünn ist. Aber ich, für mich ist, wenn ich mir das iPhone 15 oder 5, also vor allem spezifisch das 15 Pro und 15 Pro Max anschaue, dann muss es auch nicht unbedingt viel dünner sein, muss ich sagen. Ich meine, wenn du überlegst, dass natürlich viele Leute sowieso eine Hülle da noch drum packen, dann ist es erstens wieder dicker. Und dann kannst du natürlich sagen, okay, du musst es noch dünner machen, damit es durch die Hülle dann nicht mehr ganz so dick wird. Aber es ist natürlich auch ein bisschen albern am Schluss auch schon mit. Also ich muss sagen, zum iPad Pro, dass ich tatsächlich diesem Reiz mehr erlegen bin, als ich es dachte ursprünglich. Als ich damals die Gerüchte gehört habe, es ist dünner, habe ich gedacht, na ja, muss das sein, ist nicht meine Priorität. Und ich habe festgestellt, dass eben dieses Haptische, dieses wie liegt es in der Hand, auch wenn du jetzt meinetwegen abends auf dem Sofa sitzt und surfst noch ein bisschen oder guckst dir was an und das ist so ein schönes, dünnes Tablet, das hat schon einen gewissen Charme, aber es hat eben auch einen Preis. Ich sage mal, am Ende ist es halt immer eine Kompromissentscheidung. Das Gerät an sich ist immer gut. Die Frage ist, wo legst du die Prioritäten drauf? Und das muss man sich halt eingestehen. Ich habe halt festgestellt, dass dieses neue iPad Pro ja schon bei der Akkulaufzeit im Faktor Standby doch tüchtig Federn gelassen hat, so gegenüber früher, wo du ein iPad einen Monat liegen lassen konntest und wenn du es dann irgendwie am 20. Tag genommen war, es waren immer noch 40 Prozent drauf. Und jetzt ist es eben so, dass das dann der Standby nach einer Woche gehen da die Lichter aus, wenn du es so vollgeladen hast, spätestens. Und witzigerweise im Betrieb ist es dann sehr effizient, was wiederum dann den Weiterentwicklungen im Prozessor geschuldet ist, drei Nanometer Bauweise, also dass Apple es da hingekriegt hat, eben, dass der Energieverbrauch nicht so hoch ist, aber beim Standby, also alle subjektive Werte habe ich jetzt nicht alles im Labor nachgemessen, aber es sind so meine Langzeiterfahrungen, die ich damit gemacht habe. Und ich gehe damit eigentlich auch einigermaßen konform. Ich würde mir schon halt mehr Standby-Zeit wünschen, gerade beim iPad, aber ich sehe eben auch, ja, es muss halt so sein, weil sonst kann man es eben nicht so dünn bauen. Beim iPhone, muss ich dir sagen, bin ich deutlich skeptischer. Und das liegt einfach daran, weil da an manchen Tagen ja die Auflademöglichkeiten nicht so zahlreich gegeben sind oder mühsamer sind, als ich jetzt bei einem iPad, das ich dann primär in einer häuslichen Umgebung benutze. Und ich glaube, die Gerüchte lauten ja, dass das Apple dieses Slim-Modell nicht jetzt anstelle jetzt des Pro Max oder des Pros rausbringt, sondern erstmal ja verortet als das vierte Modell, also anstelle des Plus sozusagen, die Spielwiese, Experimentierwiese von Apple im Line-Up, wo sie ja das Mini mal zwei Generationen haben laufen lassen, jetzt das Plus dann zwei, drei Generationen laufen lassen und am Ende kommt dann halt Slim. Mit den Aussichten, es könnte das Zukunftsmodell werden, aber ich glaube, sie sind auch sehr neugierig, ob es so ein Publikumsliebling wird. Also sie probieren vielleicht einfach mal am Markt aus, erstens, was geht technisch und wissen, dass es eben gerade am Anfang noch nicht an das heranreichen wird, was bei den anderen Standard ist. Und auf der anderen Seite wollen sie, glaube ich, auch mal gucken, ob die Leute das wirklich charmant finden, also ob sich eine größere Fraktion dafür begeistern kann. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie dieser Feldversuch ausgeht. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass was zum Beispiel einfach ganz banal die iPhone-Verkaufszahlen angeht, dass halt ein Neudesign in der Vergangenheit immer dazu geführt hat, dass unterm Strich Apple mehr iPhones verkauft hat. Und jetzt haben sie dieses Neudesign halt, naja, weiß nicht, ob man sagen soll, schleifen lassen, aber es ist halt jetzt seit dem iPhone 12, natürlich sind die Geräte, haben sich schon verändert in den letzten Jahren, aber so minimal, dass dieses Grunddesign halt jetzt so lange beibehalten wurde, wie wir es nie zuvor in der iPhone-Geschichte zumindest hatten. Und da gibt es auch immer so eine Diskussion, wenn wir jetzt in die Autovergleiche kommen, dann kommen immer Leute und sagen, der 911er sieht seit so und so vielen Jahren genauso aus und ist es nicht viel besser, diese perfekte Form zu finden und dann halt an der nur noch so fein zu justieren und man muss ja gar nicht mehr irgendwie was ganz anderes machen und so. Ja, irgendwo schon, aber ich meine, Autovergleiche sind immer schwierig und Autos sind auch andere. Also ich meine, die Leute, die sich jedes Jahr einen neuen 911er kaufen, die wird es vielleicht auch weniger geben. Also Smartphones sind eine andere Welt und ich glaube schon, dass es wichtig ist für Apple auch und egal, ob jetzt das iPhone 17 Slim super viel dünner wird oder nicht, aber es ist wichtig, dass mit der iPhone-Reihe wieder etwas passiert und auch was Design und Form angeht. Und jetzt scheint der Trend, Apples Trend-Bewegung zu sein, halt wieder in die Richtung der ultradünner Geräte zu gehen und da ist es halt sehr neugierig, dass sie jetzt dieses in Anführungszeichen vierte iPhone-Modell halt wirklich als eine Art Spielwiese begreifen, weil sie offensichtlich noch nicht den Schlüssel dafür gefunden haben, wo dieses Modell halt hingehen sollte. Also ich meine, das Mini hatte ja seine beharrlichen Anhänger, aber offensichtlich unterm Schnitt sich nicht sonderlich gut verkauft. Also ich gehöre zum Beispiel zu dieser Mini-Fraktion. Ich würde das sofort... Ich hörte davon, ja. Also ich hätte gerne... Also ich hätte jetzt gerne ein iPhone 16 Pro Mini. Das wäre mein Gerät. Also alles in einem, aber sehr klein. Das ist mein Wunsch, der nicht erfüllt wird. Ja. Ja, aber ich glaube, also du hast gerade ein ganz wichtiges Wort genannt, die perfekte Form. Und ich glaube, dass das Smartphone aber grundsätzlich sich über die Jahre halt schon sehr stark in diese Richtung entwickelt hat. Diese Kompromisse, die man gerade am Anfang eingehen musste in der Bauform, die waren... Das waren ja häufig technische Kompromisse. Ich glaube, man wollte immer schon dahin, dass man eigentlich ein Display hat, was mehr oder weniger kantenlos ist. Was eigentlich... Also du hältst das Display in der Hand und nicht mehr. Du hast nicht einen dicken Rahmen drumherum. Das war jahrelang das Ziel der Entwicklung. Und dann gab es so leichte Spin-offs in der Frage jetzt, wie groß oder wie klein darf es denn sein? Da sind die Geschmäcker verschieden. Aber jetzt ist eigentlich auch das Smartphone an einem Punkt, dieses Slim-Design ist jetzt ja nicht unbedingt Fortschritt, sondern es ist ja eigentlich nur wieder eine andere Spielart und eben die Frage so, wo ist das Wohlgefühl beim Nutzer größer? Und deshalb vielleicht diese Vorsichtigkeit, weil einfach das Smartphone schon zu einer nahezu perfekten Form gefunden hat, zumindest wenn jetzt nicht ganz große technische Umwälzungen noch stattfinden, mit Blick auf Batterietechnologie meinetwegen oder wenn das Smartphone sogar gänzlich entgegenständigt wird und nur noch, sag ich mal, virtuell in unserem Blickfeld existiert. Das wäre natürlich eine große Zäsur. Da sind wir aber momentan noch weit von entfernt. Und jetzt ist aber eigentlich erst mal so, du hast ja ein kantenloses Display und du hast eben einen dünnen Rahmen und du hast eine gewisse Stabilität. Jetzt ist halt die Frage so, wie dünn darf es denn sein? Und wie geht das halt mit dem Akku daher? Und daran die geknüpfte Frage, ob halt dieses dünnere iPhone 17, weil ich glaube, wir sind uns einig, also abgesehen davon, dass wir jetzt über ein gerüchtetes Produkt sprechen, was wir frühestens im Herbst 2025 sehen. Ich glaube, es ist relativ klar, dass bei Apple an sowas geforscht und entwickelt wird. Wird es ein richtiges Produkt nächstes Jahr? Werden wir im nächsten Herbst ausführlich sicher besprechen? Aber ich glaube, die Vorstellung hat genug, das Gerücht hat genug Hand und Fuß, glaube ich, um sich darauf einzuschießen, denke ich inzwischen. Das ist ja jetzt nicht mehr von irgendwie, sondern das kam ja inzwischen von mehreren Seiten. Also ich meine, man hat gemerkt, dass sich sozusagen diese Gerüchtelage, da ist man sich noch nicht ganz einig, vor allem wo positioniert Apple das Gerät. Und das ist natürlich sicher eine der interessanten Fragen am Schluss, weil ist es halt ein Gerät, was obendrauf gesetzt wird, preislich, also über das Pro Max, wo es ja dann auch anfängt, irgendwo wirklich in schmerzhafte Regionen zu kommen. Oder ist es was, was Apple irgendwo wieder zwischen das, sagen wir mal, Klassische, des Einstiegs 17er und dann halt die Pro-Modelle einsortiert, was dann irgendwie preislich halt plus minus um die 1000-Euro-Marke liegt, ein bisschen drüber wahrscheinlich. Da ist natürlich schon mal ein ziemlich radikaler Unterschied dann von der Positionierung des Gerätes. Und ich frage mich halt, was da dran geknüpft ist, ob am Schluss wir, ob dieses iPhone 17 Slim oder iPhone 17 Air oder iPhone 17 Ultra, wie auch immer wir es nennen wollen, ob das halt natürlich auch nur ein Zwischenschritt ist. Weil ich glaube, wenn dann natürlich erst mal, wenn da die Nachfrage groß sein wird, wird Apple ja auch versuchen, natürlich andere Funktionalitäten aus der Pro-Reihe langfristig, solange sie es irgendwie miniaturisiert bekommen, natürlich auch in dieses dünnere Modell einzubauen. Und halt der Akku, wenn die Akkulaufzeit da entsprechend lang genug sich strecken lässt, ist das, glaube ich, alles eine gute Sache. Und dann schwebt ja am Horizont auch immer noch diese Idee, macht halt Apple doch mal irgendwann was mit Foldables, was sie bis jetzt ja einfach zumindest nach außen an die Öffentlichkeit hin ja einfach links liegen gelassen haben. Vielleicht auch, was wahrscheinlich nicht verkehrt war. Aber ich glaube, jetzt kommen wir auch bei den Foldables an so einen Punkt, die sind ja noch weit entfernt von einem Massenmarkt. Also das, was Samsung jetzt schon seit Jahren macht, was jetzt auch Google mit der Pixel-Reihe macht, seit zwei Jahren, das sind keine Geräte, die irgendwie Hunderte von Millionen von Stück verkaufen. Das sind keine iPhone-Style-Geräte. Und das ist auch nicht das, was Samsung mit seinen anderen Flaggschiff-Geräten halt verkauft. Aber es gibt ganz offensichtlich eine durchaus zahlungswillige Kundschaft, die diese Form auch möchte und auch nachfragt. Und ich weiß noch nicht, ob die groß genug ist für Apple, um halt da auch drauf zu springen und zu sagen, ja, okay, das ist was, was wir auch im Programm haben müssen. Weil das wäre ja das Absurde, wenn jetzt sozusagen Samsung und auch Google es schaffen, mit ihren Foldables halt eine Ultra-Preisstufe abzugreifen, die Apple halt einfach nicht bedient. Weil da müssten bei Apple alle Alarmglocken klingeln. Ja, das geht ja auch noch weiter. Aktuell hören wir ja davon, dass parallel zum iPhone-Event, und dann Huawei ein dreifach faltbares Gerät rausbringen will. Also die treiben das jetzt ja schon, jetzt mal ungeachtet der Frage, wie weit das technisch ist, aber sie treiben es ja schon auf die Spitze, die Weiterentwicklung, wenn Apple da noch nicht mehr angefangen hat. Ich glaube, für Apple ist das größte Problem tatsächlich, sich darauf einzulassen, sein Angebot eben auf, sagen wir mal, breiter zu fächern. Wir haben das ja damals schon gesehen, welche aufgeregte Diskussion es gab, als es nicht mehr nur eine Bauform des iPhones gab. Wie konnte Apple sich ja dreisten, plötzlich zwei Größen zu bringen? Und dann wurde noch beides größer, sodass dann eben für die Fraktion der Liebhaber kleiner Geräte auch noch eiligst ein SE aus dem Boden gestampft werden musste. Das waren ja wilde Jahre. Und das war so der Auftakt. Mittlerweile ist es ja recht angenommen, dass man eben sagt, ja, es gibt vier iPhones in jedem Jahrgang, und dann gibt es noch irgendwie so ein SE, was irgendwie nach einem nicht durchschaubaren und sich selbst genügenden Zeitplan dann mal aktualisiert wird, so als Budget-Modell. Also wir haben ja fünf iPhones, die jetzt dann als neue Modelle da verkauft werden. Und ja, geht Apple diesen Weg weiter? Also gibt es dann ein sechstes Modell, noch ein siebtes Modell? Ist das für Apple leistbar, ohne dass sie, sag ich mal, ihr besonderes Profil da zu sehr verwässern, dass sie eben ja eigentlich immer angetreten sind mit der Idee, wir machen das Gerät für alle. Und ja, andere haben dann weniger Bauchschmerzen. Sag ich mal, Samsung hat 3000 Modelle von irgendwelchen Smartphones auf dem Markt. Ja, das ist natürlich auch so eine Heere, das ist eigentlich noch so eine Steve Jobs und Johnny Ive Zielvorstellung. Das Gerät, so ein Gerät, was perfekt ist. Das ist sozusagen die perfekte Größe für alle. Ja, und one size fits all. Und das ist halt, ich glaube, das ist gerade bei Smartphones einfach auch klar nicht. Und also Apple hat sich da, glaube ich, fast verkalkuliert damals. Die waren da ja zu dem Zeitpunkt, bevor das iPhone 6 auf den Markt gekommen ist, ja durchaus stark unter Druck. Also Samsung, die ja letztlich praktisch so in Schweiße alle Größen abgedeckt haben und damit einfach den Markt geflutet haben. Und Leute haben gesagt, ja, ich will natürlich ein größeres Gerät. Was soll ich mit dem kleinen Display vom iPhone? Und das war eine relativ absurde Situation, wo sie dann halt mit dem 6 und mit dem 6 Plus gegengesteuert haben. Und 6 und 6 Plus waren damals ja für die iPhone-Verkäufer ein riesen Schub nach oben gewesen. Also das hat sozusagen das iPhone als Verkaufshit hat das auf ein ganz anderes Level gehievt als die vorherigen iPhones, die ja auch schon zu dem Zeitpunkt längst ein extrem erfolgreiches Produkt gewesen sind. Und damit ist ich, also ich finde, wir sind auch in der so breit, was Smartphones angeht und sind ja die Ansprüche durchaus auch unterschiedlich. Also ich begrüße es eigentlich, je mehr Auswahl Apple da gibt, also auch was Größen angeht und verschiedene Konfigurationen und Möglichkeiten. Diese Vorstellung, dass du da ein Modell hast, was halt alle abdeckt, ist halt schön. Klar, sieht natürlich auf der Webseite gut aus und du musst dich halt beim Kaufen nicht entscheiden, weil du halt hast halt einfach ein Modell. Aber unterm Strich ist es ja schon immer, ich meine, schon immer musstest du dich irgendwie zwischen Speicherplatz und irgendwas, irgendwelche Entscheidungen musstest du schon immer treffen. Das war einfach mit eingebaut. Und das konnte man immer so ein bisschen ausklammern. Und ich glaube am Schluss so furchtbar überfordert es, also es überfordert Nutzer erst, wer sich an Apple in den 90ern zurückerinnert, wo die Macs irgendwie so skurrile Produktreihen ausgefahren haben, wo dann irgendwelche Performers aus der Ecke sprangen und die Geräte waren sozusagen untereinander halt nicht klar abgegrenzt, sodass du nicht sagen konntest, warum kaufe ich jetzt das eine Modell oder das andere Modell? Es gab halt alles keinen so richtigen Sinn, wie die sich innerhalb der eigenen Produktreihe unterschieden haben. Und ich glaube, da sind wir beim iPhone doch dann weit entfernt, selbst wenn wir jetzt im nächsten Jahr sozusagen dieses dünnere Modell irgendwo mittendrin oder obendrauf sehen, glaube ich, ist das iPhone neu. Die iPhone-Reihe ist, glaube ich, weit entfernt von einer furchtbar konfusen Produktreihe. Und schon jetzt ist es ja so, dass Apple zum Beispiel eben auch selbst seine alten, älteren Generationen ja weiterverkauft. Es verwirrt ja auch niemanden unterm Strich. Ich meine, klar, Leute brauchen da vielleicht Hilfe und der ein oder andere muss da an die Hand genommen werden. Und wenn du natürlich da dich nicht irgendwie tagtäglich mit beschäftigst, ist da vielleicht die Auswahl schwieriger, als wenn du da halt natürlich immer schaust, was da als Neuestes da ist. Aber ich glaube, unterm Strich ist das irgendwie ein bewältigbares Problem. Ja, und Apple macht ja auch vorausgenügend manchmal drei Pencils, um die Leute zu verwirren. Ja, ja, also genau. Also alles, also überall diese Vorstellung, ich glaube von dieser Vorstellung, dass Apple da irgendwie so ein ganz, es gab sicher Zeiten, wo sie das gemacht haben. Es war gerade natürlich nach Jobs Rückkehr und dieses klassische Vierer-Quadrat, das alle noch kennen, ja, wurde irgendwie Profi und Consumer. Und damals war es halt Desktop-Macs und mobile Macs. Das ist natürlich eine tolle Vorstellung. Und er musste ja diese extreme Gegenreaktion fahren, um diesen Performer-Wahnsinn und diese völlige konfuse Produktpalette halt auszuräumen und halt auf ein einheitliches Konzept zu stellen. Aber das sind auch völlig andere Zeiten gewesen. Und ich glaube, das sollte man dem iPhone nicht abverlangen, da wieder auf so ein Einmodell für alle sich einzuschießen. Ja, da bin ich bei dir. Also ich finde auch die Idee falsch, dass man sagt, das ist einzementiert, es kann nur ein iPhone geben. Weil das iPhone, also die Idee damals, dass man gesagt hat, wir machen jetzt ein Modell für alles, entsprang ja auch der Denke, wir machen aus drei Geräten Klassen, die vorher da waren, eins. Insofern war diese Symbolik ja sehr wichtig. Der Internet-Communicator, das Telefon, der iPod, war alles in eins. Das ist das eine Gerät, das ist das iPhone. Es wäre komisch gekommen, wenn Steve Jobs drei Varianten dieses einen iPhones zum Anfang gezeigt. Das hätten alle irgendwie nicht als Vorteil begriffen. Und nach diesen Jahren, nach diesen ersten Jahren, wo es ja auch, sag ich mal, wo das iPhone und das Smartphone im Allgemeinen eben bestimmte Entwicklungsstufen nehmen musste, um eben wirklich in die Breite gehen zu können, um eben erste technische Klippen zu umschiffen, auch da war es noch der richtige Weg, alles zu fokussieren auf die Weiterentwicklung eines Gerätes. Aber jetzt längst ist ja dieses Zeitalter eigentlich angebrochen, dass eben Vielfalt ja nun kein Makel ist, sondern dass Vielfalt ja eher widerspiegelt, wie sehr das iPhone und Smartphones im Allgemeinen eben im Alltag und in der Breite der Menschen, die ja auch eben vielfältig sind, angekommen sind. Die haben vielfältige Bedürfnisse. Und ja, allein die Größenfrage, ich sage mal, alleine die vielen großen und kleinen Hände, also da fängt es ja schon an bei der Frage, was ist denn eigentlich eine angenehme Displaygröße? Das kann man ja gar nicht über einen Kamm scheren und den Leuten mit kleinen Händen sagen, dass sie ein riesiges Smartphone gut zu finden haben. Und umgekehrt ist für jemand mit großen Händen ein kleines Smartphone vielleicht auch nicht so charmant. Also das muss man einfach anerkennen. Insofern denke ich auch, es geht in Ordnung. Aber ich glaube trotzdem, dass es in Apples DNA einfach liegt, diese Vereinfachung, dieses überschaubare Line-Up, jenseits des Pencils, dann dazu haben. Und dass sie das auch so ein bisschen quält jetzt bei der Frage, ja, wie geht es denn weiter? Sind wir wirklich so entschlussfreudig, dass wir jetzt sagen, das ist eigentlich die nächste Stufe und wir setzen die pauschal um? Ja, also ich glaube, da ist einfach, sie müssen zu diesem, zu einem, zu einem, irgendeiner Form von Neuigkeit auf jeden Fall, also Neuigkeitswert aus der iPhone-Reihe müssen sie herausholen. Und dieser Neuigkeitswert ist einfach, abgesehen von den schönen Jahr-zu-Jahr-Verbesserungen und vor allem Kamera-Verbesserungen, ist es eben einfach ein neues Design. Und das muss natürlich irgendwas Auffälliges sein, Dünn ist sicher auch in dem Fall auffällig, wenn sie das mit ihren restlichen Design-Sachen verknüpfen. Und damit hast du auf jeden Fall einen Akzent gesetzt. Und dann auf der anderen Seite ist es halt, dass jetzt, und das sieht man jetzt schon ein bisschen, und ich denke, dass wir das nächstes Jahr noch deutlicher sehen, und ich weiß noch nicht genau, was Apples Reaktion darauf sein wird, dass eben neben diesen Foldables, die so ein bisschen am oberen Ende eben den Markt abschöpfen, wie auf der anderen Seite inzwischen. Ich meine, das hat Apple in den letzten Jahren nicht so richtig betroffen, oder das haben sie, glaube ich, nicht so richtig als Bedrohung erlebt. Aber wir sehen jetzt halt im Android-Markt, dass du halt auch im 200, 300 Euro Preissegment halt Geräte bekommst, die was so Display angeht und auch Kamera angeht, die schon ähnlich auf dem Niveau des Einstiegs-iPhones für 700, 800, 900 Euro spielen. Und da ist die Preisdifferenz so groß, ich meine, du hast natürlich immer noch ein anderes Betriebssystem und so weiter, ist klar. Also für wen das natürlich wichtig ist, iOS zu nutzen, der ist da halt außen vor, da hilft es halt nichts. Aber ich frage mich halt schon, ob Apple gerät jetzt plötzlich unter so eine, also ich meine, von unten wurden sie immer angegriffen, weil es immer billigere Alternativen zum iPhone gab. Aber wenn es teurere Alternativen und billigere Alternativen, die technisch in vielerlei Hinsicht zumindest identisch sind mit dem Einstiegs-iPhone, dann kratzt es an beiden Seiten etwas mehr, als es in der Vergangenheit gekratzt hat. Und ich glaube, das iPhone muss schon auch unter Beweis stellen, dass es halt sein Geld wert ist, weil es ist nun mal kein günstiges Gerät. Also ich glaube, das sind wir uns auch einig. Bei den Pro-Modellen kann man immer noch sagen, ja, die sind so, haben eine gewisse Wertigkeit, die definitiv vorhanden ist. Und du hast halt auch Kameras, State of the Art, du hast halt Display und Materialien. Jetzt das Titan 15 Pro und 15 Pro Max, muss man sagen, ist eine tolle Modellreihe geworden. Ich glaube, sind wir uns wahrscheinlich einig, dass gerade das 15 Pro jetzt ein sehr, also was so die iPhones angeht, wirklich eine sehr, sehr perfekte Modellreihe war. Und da muss es aber ja trotzdem jetzt irgendwie schrittweise halt weitergehen. Und das ist, glaube ich, jetzt, nachdem wir diesen wahrscheinlich kleineren Schritt diesen Herbst noch mal sehen, dann spätestens nächstes Jahr muss Apple irgendeine Form von Antworten auf diese Fragen schon auch liefern, glaube ich. Weil dafür ist der Smartphone-Markt, obwohl er halt so ein hohes Level erreicht hat und dort so relativ statisch ein bisschen vor sich hin tröpfelt, ist halt die Frage, wir sehen ja nichts, was konkret schon am Horizont steht, was dieses Smartphone halt ablöst. Also es gibt so diese ganzen Überlegungen, wo die Reise hingeht und, ja, wir fangen an mit Brillen und Mixed Reality und Spatial Computing und Virtual Reality und all dem Krempel und da wird so viel gestochert und auch von Apple ja inzwischen natürlich öffentlich gestochert. Aber ich meine, wenn man sich dann unterm Strichs anschaut, wird uns das Smartphone halt noch sehr, 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 sehr lange begleiten. Ja, wobei ich auch glaube, dass wir gerade an so einer Abbiegung sind, wo eben der Faktor Hardware, den Apple sehr stark bedient hat in den letzten Jahren, ein Stück weit vielleicht aber auch zurückweicht hinter den Faktor Software. Etwas, wo Apple auch, wie ich finde, insgesamt gut performt hat. Wo man aber gemerkt hat, dass es bei Apple, glaube ich, in der Prioritätensetzung, sie waren halt immer noch die Hardware-Company, die halt vor allem immer bei den Features das Augenmerk auf die Hardware gesetzt hat. Und jetzt kommen eben andere Player, die sie bislang nicht gefürchtet haben, weil sie sich mal lustig gemacht haben über diese fragmentierte Android-Welt, die es ja nicht mehr hingekriegt hat, dass man ein Vorjahresmodell häufig vernünftig updaten konnte. Aber die haben sich in den letzten Jahren ja formiert. Solche Player wie Google und Samsung gehen ja schon daher und haben anerkannt, dass es zum Beispiel ein Unding war, dass man eben dann eben die Software nicht für mehrere Jahre wie bei Apple dann auch vernünftig aktualisiert und mit neuen Features ausgestattet bekommt. Sie haben aber auch mehr als Apple, finde ich, in letzter Zeit erkannt, dass ja eigentlich nach so vielen Jahren des Smartphones der Begriff Smart immer noch relativ defizitär geblieben ist. Also diese Geräte so vollumfänglich assistieren, tun sie ja letzten Endes ja nicht, wie sie es eigentlich könnten. Wir haben mit Sprachassistenten zu tun, die vieles falsch verstehen oder eben nur für sehr grundsätzlich geäußerte Bedürfnisse ansprechbar sind. Und die kommen jetzt daher, diese anderen Hersteller, und suchen ihr Wohl darin, dass sie ja nun eine sehr aggressive Strategie in Sachen KI und Innovation fahren, weil sie einfach die Chance sehen, dass sie jetzt an diesem Punkt, beim Hardware-Design haben sie es nie geschafft, Apple einzuholen, aber dass sie bei dem Thema Software Apple so am Nacken packen können und können sagen, pass mal auf, jetzt überholen wir dich, jetzt springen wir über dich hinweg. Und ich glaube, dass Apple da auch gerade in so einer Phase ist und da wird es natürlich auch sehr spannend sein, dieses 16er-Event hier zu sehen. Was wird das für ein Event werden? Wird es wieder ein klassisches Hardware-Event werden oder wird es nicht ein Event sein, das sehr stark dominiert ist, eigentlich von einem Dienst, von Software, von der Frage, wie wir dieses Gerät anwenden und nicht da so sehr damit, wie es sich anfühlt oder wie es aussieht? Das ist in der Tat sicher abgesehen, also von den Hardware-seitigen Bedrohungen, die Apple aus der Branche, glaube ich, immer gut zur Seite streichen konnte, ist das, könnte, wenn wir davon ausgehen, dass KI irgendeine Form von komplettem Wandlung der Plattformen einleitet oder halt da so ein bisschen auch den Boden unter den Füßen wegzieht, dieses klassischen App-Modells, wo halt das iPhone immer besonders stark war, weil natürlich hast du inzwischen auf Android meistens dieselben Apps, aber die App-Welt sieht auf iOS immer noch deutlich besser aus, also wenn du dir auch einzelne Apps anschaust und das ist einfach, und die Auswahl und auch so kleine Indie-Apps, die es halt einfach nur auf iOS gibt und auch viele große oder neu startende Geschichten sind ja oft zuerst auf iOS, das ist ja was, was einfach gang und gäbe ist und immer noch bis heute so ist und wenn das plötzlich weg abstrahiert wird, weil du halt mit deinem iPhone nicht mehr einfach mit diesen Apps einfach interagierst, sondern eventuell einfach mit einer Art von KI oder Assistenzsystem oder wie man es auch immer nennen möchte, aber halt irgendeine darüber gelagerte Schicht und werden wir sehen, wie Apple gerudert hat, ganz offensichtlich mit ihren eigenen Apple-Intelligence-Bemühungen, die wir jetzt auf der WWDC kennengelernt haben, was sie sich da vorgestellt haben und jetzt ja so schrittweise in den letzten Wochen gesehen haben, wie sie es anfangen, ganz langsam auszurollen und jetzt natürlich das auch im Herbst dann bald auf den ersten, wenn auch nicht in der EU, aber halt auf den ersten Endkundengeräten landen wird und deshalb bin natürlich auch, ich gehe auch davon aus, dass es auf der Keynote, wo wir jetzt wieder in der sehr nahen Zukunft sind, in der Keynote am Montag beim iPhone 16 eine große Rolle spielen wird, was da an KI-Funktionen irgendwie auch mit verknüpft ist, weil Apple schon auch weiß, dass sie da nicht, es darf nicht der Eindruck entstehen, als wären sie da so weit im Hintertreffen, dass halt du eigentlich auf einem Google-Gerät oder von mir aus auch auf einem Samsung-Gerät halt am Schluss mehr Möglichkeiten hast oder die Geräte, die halt wirklich bequemer durch deinen Arbeits- oder Freizeit- oder Hobby-Alltag helfen. Ich glaube, da darf Apple dann, ist schwierig, wenn sie da ins Hintertreffen geraten, wäre es sicher sehr ungünstig und ja, deshalb voller, voller Marsch auf KI und das hat Apple später erkannt offensichtlich und dann haben sie sehr schnell nachgesteuert und was sie da gemacht haben, sehen wir jetzt und werden wir dann vor allem in den nächsten Monaten sehen, ob sie das halt im Hinblick auf Siri auch tatsächlich in den Griff bekommen, was sie da alles angekündigt und in Aussicht gestellt haben, weil das wissen wir einfach noch nicht. Bis jetzt ist ja Siri einfach dieselbe Siri, sieht nur ein bisschen anders aus, Cloudheim. Ja, es gab immer dieses schöne Bild, das Smartphone als Fernbedienung des Lebens und Apple entsprach mit seinem Modell, sag ich mal, die Apps, die ein App-Icon im Knopf-Design haben, ja sehr diesem Bild. Du konntest dir sozusagen alles auf den Knopf legen zunehmend, was eben durch Digitalisierung möglich war, dass du es von deinem Smartphone aussteuern kannst und ich glaube, Apple in der Tat, weil sie das größere App-Ecosystem haben, das florierendere und das für sie ja auch umsatzstarke, tun sie sich vielleicht auch mehr damit schwer, mit KI ja viele dieser Apps ja im schlimmsten Fall obsolet zu machen, auf jeden Fall aber zu entgegenständlichen, dass sie rausgehen aus dieser Knopf-Funktion und eigentlich, sag ich mal, omnipräsent sind, vertreten durch einen Sprachassistenten, der sozusagen da deine Schnittstelle dahin ist und die Frage ist ja auch in Richtung Zukunft, ja wie kann das monetarisiert werden, damit jetzt eben nicht dann am Ende für Apple ein riesen Umsatzeinbruch steht. Wir hören schon davon, dass die Apple Intelligence künftig vielleicht dann eben was kostet, so wie eben dann die Sprachmodelle dann ja eben im Pro-Modus bei Anthropic oder bei ChatGPT auch was kosten, aber ich glaube, da hört es nicht auf. Ich glaube, es wird am Ende auch die Frage sein, das App-Ecosystem, wie überführt man das in einen Modus, dass auch Entwickler von sozusagen Leistungen, die da abstrakt in dieser Intelligence irgendwo stecken, noch entlohnt werden, weil sonst machen sie es ja nicht mehr. Sie müssen ja auch irgendwie ihren Profit daraus ziehen und für Apple ist das, glaube ich, eine schwerer zu knackende Nuss, als das eben jetzt für viele Android-basierte Hersteller dann der Fall ist, weil das Ecosystem da jetzt sowieso nicht so gewaltig ist und zumindest nie so einen Stellenwert und so einen unglaublich großen hatte wie bei Apple, die ja nun wirklich dann auch unglaublich viel Geld damit eben auch generiert haben. Also da verschiebt sich aller Wahrscheinlichkeit nach auf jeden Fall, was durch KI und durch dieses Einfließen von KI an alle Ecken und Enden des Betriebssystems und man sieht ja auch schon die Grundbausteine dafür in jetzt iOS 18 und dann darüber hinaus, dass halt ja Apple auch sagt zu den App-Entwicklern, macht halt eben eure Funktionen verfügbar praktisch systemweit, sodass du die halt dann über Siri einfach ansprechen kannst oder an verschiedenen Stellen des Betriebssystems ansprechen kann und das funktioniert für viele Apps, wird das wahrscheinlich gut funktionieren, aber bei anderen abstrahiert es natürlich etwas weg und damit unter Umständen halt auch ein Geschäftsmodell weg, je nachdem wie halt die App aufgebaut ist und das ist sowohl für die Entwickler problematisch als halt natürlich auch für Apple irgendwo problematisch, weil ja Apple auch noch daran mitverdient, wenn das alles über einen App-Store und In-App-Käufe läuft, da sind wir natürlich in der eigenen Diskussion, aber da sind so viele Sachen halt miteinander verknüpft, die so lange statisch waren, also so über die letzten zehn, fast 15 Jahre, also halt seit der App-Store zu so einer Geldmaschine wurde und halt In-App-Käufe kamen als Riesending dazu und dann hat sich das alles entwickelt und dann haben wir die ganzen Gegenbewegungen und die Regulierung, also von Regulierungsseite und natürlich auch von Entwicklerseite und Klagen und das Zerren an beiden Enden, was ist als Provision gerecht, aber jetzt kommt halt vielleicht dann als längste Flut kommt einfach diese KI-Flut, die alles wieder auf eine andere Abstraktionsebene stellt und halt sowieso dieses 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 App-Modell, das uns die letzten 15 Jahre begleitet hat, aber auf jeden Fall wackeliger macht, als es bisher war und halt auch wieder neue Firmen und neue andere Modelle halt hervorbringt, die wir bis jetzt nicht gesehen haben. Ich meine, wir hatten ja in den letzten 10 bis 15 Jahren was halt neu, die richtig großen Sachen, die ja neu dazukamen, waren ja alles App-basierte Sachen, also Airbnb und Uber und all die Kisten, die halt vorher nicht so richtig denkbar waren, solange du halt nicht lauter Kunden hast, die halt mit Geräten durch die Welt rennen, die halt vernetzt sind und halt über eine App halt eine bestimmte Dienstleistung buchen können oder halt irgendetwas, ja oder ja meistens eine Dienstleistung buchen können und das ist natürlich, ja hat einen ganzen Berg an Firmen halt hervorgebracht, die sich, ja die wir jetzt sehen werden, was sozusagen diese nächste, dieser nächste Schritt halt hervorbringt und natürlich eben auch, was der, was das halt für Apple als Unternehmen bedeutet oder überhaupt für Smartphone-Hersteller. Also vieles ist da im Umbruch und da ist es halt schön, wenn man sich natürlich einfach nur so über das Design von den iPhones, das überlegt, das Design von den iPhones, aber wie immer ist natürlich die Frage der Software und was da betriebssystemseitig und appseitig passiert, ist natürlich die unterm Strich dann spannendere Frage, obwohl die vielleicht dann nicht so die, also ich meine, ich weiß immer noch nicht genau, ob Leute, wie rum kaufen Leute im Jahr 2024 Smartphones, also ich meine, du bist ja jetzt wahrscheinlich sowieso in einem Ökosystem eher drin als im anderen, das heißt, es schränkt deine Entscheidung unter Umständen schon ein oder macht sie einfacher, um es positiv zu formulieren, ja, weil wenn du halt ein iPhone hast, kaufst du wieder ein iPhone, wenn du ein Android-Smartphone hast, kaufst du halt wieder ein Android-Smartphone, aber auf der anderen Seite Design und so weiter, ich glaube, es spielt schon auch noch eine Rolle, ich meine, Leute tragen, glaube ich, gern schöne Geräte mit sich rum, ein iPhone 15 Pro Max ist auch ein Status-Objekt, ich glaube, das ist auch klar, also ich meine, es signalisiert einfach, dass du gewillt bist, viel Geld für ein Smartphone auszugeben, was du mit dir herumschleppst und es ist ja überall präsent, ja, man hat es in der Hand, man legt es auf den Tisch, im Café, im Restaurant, was auch immer, also da spielen viele, viele, viele Komponenten rein auch und die sind irgendwie so insgesamt dann das Modell und deshalb, und da sind wir wieder bei einem dünneren iPhone, was halt auch vom Design her auffällig ist, könnte natürlich auch eine reizvolle, ein reizvoller Weg sein, um das iPhone da weiterzubringen. Ja, ich glaube, das ist zweifellos auch ein zukünftigen Punkt, also dieser Faktor-Lifestyle-Objekt, dass so wie die edle Brille, wo in der Seite am Rahmen der Namen steht oder die Markenklamotte, die du trägst, aber das iPhone ist ja viel sichtbarer im Alltag, ne, du nimmst es in jede Lebenssituation mit, legst es auf den Tisch, das Apple-Logo ist dann meistens nach oben gerichtet, wenn es aufs Display gelegt wird und du brauchst eine gewisse Wertigkeit als Hersteller oder den Anschein davon, dass das aber auch weiterhin funktioniert. Also auch das, sage ich mal, bei der Frage der vielleicht künstlichen Verknappung der Auswahl, trägt das ja auch, zahlt das auch ein auf die Frage, inwieweit ist es denn weiterhin ein exklusives Objekt oder ist es nicht, wenn es dann in zu mannigfaltigen Variationen da ist, zu beliebig? Und ich glaube, das sind schwierige Überlegungen, die sich wahrscheinlich in Apples Design und Marketingabteilung da so, wie man sich da macht und wo man sicherlich auch fein abwägt, was können wir wirklich machen, auch wenn es technisch und vielleicht monetär im ersten Moment möglich wäre, aber was zahlt auch langfristig auf den Aspekt dann eben ein? Du hast gerade das Thema Regulierung angesprochen, das ist, ich meine, wir EU-Leute müssen ja immer wieder mal darauf zu sprechen kommen, gezwungenermaßen, aber es kursieren ja gerade, wenn wir über das Thema Zukunft sprechen, in diesen Tagen ja so ein paar Horrorvisionen, immer Memes durch Social Networks, dass dann zum Beispiel das iPhone, das durchregulierte iPhone gezeigt wird und man sieht nur noch eine Phone-App drauf und ich weiß gar nicht, was die zweite App war. Es waren irgendwie zwei Apps nur noch übrig geblieben. Inwieweit, also nehmen wir Europäer uns da jetzt zu wichtig oder inwieweit denkst du, wird auch das Thema Regulierung, wird auch, ich meine, Apple hat ja diese ganze Wettbewerbsgeschichte auch in den USA gerade am Ausfechten, inwieweit wird das auch auf die Entwicklung jetzt Einfluss nehmen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, von der Hardware-Seite sind sie da ja relativ abgetrennt, aber natürlich in der Vermarktung dann der Produkte wird es ja sicher ein Problem. Das hast du ja auch schon angesprochen. Also jetzt, wir werden es jetzt gerade sehen, wie sie diesen Spagat jetzt mit dem iPhone 16 oder 16 Pro halt fahren in den nächsten Wochen und Monaten, wo wir ja damit, davon ausgehen, dass sie in den USA natürlich eine sehr starke Stoßrichtung auf KI haben und auf Apple, also auf Apple Intelligence und halt die Funktionen, die halt da rundherum und vielleicht kriegt es ja das iPhone 16 auch irgendwas sozusagen als exklusiv KI-Funktion halt dazu, was wir jetzt bis jetzt noch gar nicht gesehen haben oder was Apple noch nicht demonstriert hat. Also da sind ja viele Möglichkeiten und auf der anderen Seite wollen sie ja das iPhone 16 auch in Deutschland auf den Markt bringen und in anderen EU-Ländern natürlich auf den Markt bringen und müssen sich da natürlich eine andere Strategie, was jetzt das Marketing drumherum angeht, ausdenken, weil ja zumindest wir für dieses, wer weiß nicht, ob wir dieses Jahr Apple Intelligence halt noch in offizieller Form dann sehen, auf iOS jetzt halt spezifisch. Das ist wirklich, ist völlig unklar. Im Moment sieht es jetzt nicht unbedingt danach aus. Was schade ist auch, weil ich meine, es wäre sowieso auf Englisch, ich glaube, da ist auch klar, sprachlich ist sowieso Apple Intelligence für dieses Jahr US-Englisch only, aber trotzdem sind ja genug Leute auch in Europa, die es auf Englisch wahrscheinlich auch nutzen würden und diesen Spagat müssen sie halt irgendwann früher oder später natürlich auflösen und da, ja, ich weiß nicht, also ich, mein, der Digital Markets Act wäre, jetzt ist er, wir sind ja noch, wir sind ja eigentlich erst ein gutes halbes Jahr, also der hat sich ja so viele Jahre vorher schon angekündigt und natürlich ist schon Stand halt am Horizont, aber seit der praktisch jetzt in Kraft ist für die Gatekeeper, sind ja erst sechs Monate vergangen und wir haben ja gesehen, dass die Dinge sehr langsam passieren auf der einen Seite auch, auf der anderen Seite sind natürlich viele kleine Entwicklungen und immer wieder auch größere Sachen, die passieren, aber unterm Strich, ich meine, wir haben jetzt alternative App-Stores, wenn man so will, und Sideloading, aber so richtig haben wir es halt auch nicht, also es ist, es ist da, aber es ist auch nicht so richtig da und das ist halt faszinierend zu beobachten und ich weiß noch nicht so, ich meine, also iOS, glaube ich, kann man schon als, im Moment als ein zweigeteiltes Betriebssystem betrachten, aber es liegt natürlich auch in Apple, also es liegt in erster Linie in Apples Hand natürlich, das auch aufzulösen, also Sachen, die sie jetzt in Europa, in der EU öffnen oder öffnen müssen, könnten sie schon auch außerhalb von der EU machen, also selbst wenn Apple sagt, wir wollen keine alternativen App-Läden und große Gefahr für unsere Nutzer, wir kennen die ganze, die ganze Kommunikation und Argumentation, die Apple da ausführt und wir haben ja auch schon eigene Folgen dazu gemacht, aber wir haben ja trotzdem den Punkt, dass jetzt Funktionen für iOS in Aussicht gestellt sind, gerade was diese Standard-Apps angeht, wo man sagt, warum ist das nicht weltweit global in iOS, warum dürfen Leute in den USA künftig nicht ihre Standard-Karten-App selbst einstellen, warum ist das eine EU-Funktion, das ist doch einfach Quatsch unterm Strich, das schützt auch keinen Nutzer, dass er das nicht machen darf und die ach so verwirrten Nutzer, weil, oh, ups, ich habe aus Versehen meinen Browser gelöscht, wo bekomme ich den je wieder her, ich meine, also das ist für mich eine sehr müßige Diskussion, muss ich sagen, da gibt es sicher Leute, die in dieses Problem reinrennen, das ist klar, irgendjemand rennt immer da rein, weil bei einer Milliarde Nutzer hast du das, glaube ich, zwangsläufig, aber eine flexiblere Plattform zu bekommen, ist unterm Strich, ich empfinde es unterm Strich als etwas Positives, muss ich sagen und ich würde mir wünschen, dass Apple sich überlegt, welche von diesen Sachen sie auch einfach in iOS einfach generell machen, das haben sie ja bei anderen Sachen, haben sie auch hin und her sich gesträubt und gewunden und dann sind sie an einem gewissen Punkt gemerkt und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt die Türen offen, die Emulatoren waren ja jetzt gerade das Beispiel, die sie über 15 Jahre aus dem App Store rausgehalten haben und dann haben sie gemerkt, hey, die können wir auch einfach in den App Store reinlassen, da passiert nichts, das iPhone explodiert nicht, du kannst sie einfach benutzen, du kannst da alte Nintendo-Spiele spielen oder irgendwas anderes und es schadet auch niemandem und Nintendo hat sich bis jetzt auch noch nicht beschwert, erstaunlicherweise. Also insofern, ich weiß nicht, die Welt ist noch nicht untergegangen auf den EU-iPhones und ich glaube, das wäre schön, wenn Apple da irgendwie das alles wieder ein bisschen vereinheitlicht. Ja, aber was du gesagt hast und das berührt ja den Kern der Frage, hat ja schon eben die Tendenz gezeigt, dass es Apple auch in der Gesamtentwicklung des iPhones zumindest momentan in kleinen Zügen beeinflusst hat. Sie machen plötzlich dann App Store-Kategorien auf, die vorher tabu waren und ich glaube, das Thema bekommt ja auch eine Eigendynamik, weil Apple ja sehr stark auf diese Karte gespielt hat, so eine Lex Europa daraus zu machen. Also, dass sie eben nicht von vornherein eher konsensual geguckt haben, wie du es ja gerade skizziert hast, wo können wir diese Impulse, die wir aus Europa bekommen, wo ist denn manches nicht generell mal hinterfragenswert, weil es gar nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir eröffnen uns. Vieles davon, was in Europa Gegenstand des DMA ist, entdecken wir auch in dieser Klage des US-Justizministeriums wieder. Wir sehen an anderer Stelle neue Regulierungen, wie in Kalifornien jetzt diesen AI-Act, der dem Europas ja auch ähnelt. Also, ich glaube, Apple wird mittel- bis langfristig dieser Gesetzes- und Regulierungsspirale nicht entkommen können, auch wenn sie versuchen, das auf Europa runterzubrechen, zu sagen, das sind nur die Europäer, die da ein Problem mit uns haben. Nicht ohne Grund haben sie ja gerade jetzt ihr Führungsteam in Sachen App Store neu aufgestellt. Es gibt jetzt künftig da eben einen neuen Split. Es gibt jetzt eine App Store-Sektion, wie es sie bislang gegeben hat. Und es gibt eine eigene Führungskraft für eben alternative Marktplätze und diese ganzen Regulierungen, weil zum Beispiel Japan auch gesagt hat, auch ein sehr wichtiger, zahlungskräftiger Markt. Wir machen das genauso wie Europa. Und ich denke mal, es wird nicht mehr so spielerisch und einfach sein für Hersteller wie Apple, einfach mal Dinge zu machen. Wir sehen es jetzt bei der Intelligence, dass sie dann erst mal schauen müssen, dürfen wir das in die Märkte eigentlich so eins zu eins integrieren. Das hat sich bislang nicht gestellt. Aber sie täten auch gut daran, wenn sie, glaube ich, diesen Ball, der ihnen aus Europa zugespielt wurde, aufnehmen und irgendwie selber weiterspielen und nicht nur, sage ich mal, immer versuchen, den Ball auszuweichen, wenn er geschossen wird aus Europa. Nach dem Motto, trifft uns ja nicht, wir sind auf der anderen Seite des Teichs. Aber gut, ich meine, das führt jetzt wieder sehr weit in die Gefilde dessen, was wir ja schon in anderen Folgen diskutiert haben und sicherlich auch in Zukunft noch diskutieren werden. Das Thema verfolgt uns ja echt krass in diesem Jahr. Ständig haben wir Neuigkeiten dazu. Also ich denke mal, das Thema EU-Regulierung wird uns ja nochmal begegnen. Aber ich finde, es ist schon auch ein Aspekt, der so ein bisschen in diesen Planungshorizont und wie frei ist Apple in seinem Tun schon hineinspielt. Lass uns so mit Blick auf die Zeit abschließend nochmal so vielleicht ganz schnell auf mögliche weitere Baustellen zu sprechen kommen. Wir haben jetzt ja schon sehr viele Baustellen ja touchiert. Wir haben über KI gesprochen. Ich denke, wir haben auch über die Kamera ja schon sehr gut gesprochen und haben aufgezeigt, wo wir da so einen Weg für die Zukunft sehen. Gibt es da aus deiner Sicht weitere Felder, wo du sagst, da muss eigentlich beim iPhone sich jetzt endlich mal was tun? Also ich habe nichts, wo ich wirklich aus dem Stehgreif sagen würde, das sind das sind so ganz klar zu greifende Sachen. Also ich meine, diese Vorstellung, dass halt, und das ist ja sowieso so ein ganz langsames Element von was jetzt die Sensoren oder die Sensorik der Geräte angeht, dass halt das Gerät natürlich auch passiv einfach mehr über dich und seine Umwelt lernt. Ich meine, da haben wir natürlich immer ein großes Tatenschutzproblem mit drin, aber da hat sich Apple ja eigentlich gut positioniert und zumindest meistens passt da auch auf entsprechend. Aber das gehört ja auch dazu, zu dieser Vorstellung, dass die Geräte halt intelligenter werden und schlauer werden, ist ja nicht nur, dass du denen irgendwas sagst, sondern dass die auch von sich aus halt irgendwie was bemerken und daraufhin handeln oder vielleicht nicht unbedingt handeln oder zumindest dir einen Hinweis geben oder halt auf Sachen eingehen. Und ich glaube da, wir haben ja Sachen wie den LiDAR-Sensor, der ja jetzt seit Jahren auch in den Pro-Modellen mit drin ist, aber der schlummert irgendwie so ein bisschen funktionslos vor sich hin. Also der ist einfach da und wir haben den Ultra-Breitband-Chip, der hat auch so ganz spezifische Anwendungsfälle. Wir haben sehr viele Sensorik, die halt im iPhone einfach vorhanden ist, aber gar noch noch gar nicht so richtig genutzt wird. Also ich meine, da fehlt natürlich auch die umgebende Welt, die natürlich entsprechend auch mit diesen Sensoren umgehen können muss. Wir sehen ja jetzt so ein bisschen diesen Ansatz, den sie gewählt haben, was halt smarte Türschlösser angeht, dass halt das iPhone, dass du nicht mehr über NFC gehst, sondern halt über den Ultra-Breitband-Chip, wo dann halt wirklich das Schloss auch erkennen kann, steht der jetzt draußen vor der Tür oder halt drinnen. Und solche Sachen, also so grundsätzliche Sachen, nicht nur von der Entfernung, sondern um wirklich genau feststellen zu können, wo ist das andere Gerät im Raum. Und das sind, glaube ich, so entscheidende Elemente, die dann auch hoffentlich irgendwie, also ich warte da schon relativ lang drauf und es ist bis jetzt sehr wenig passiert und ich weiß nicht, es ist so eine Welt, die sehr langsam sich weiterdreht und dass wir halt irgendwann mal vielleicht da auch einen größeren Sprung bekommen, die halt auch die Geräte hardware-seitig intelligenter macht. Das wäre zumindest etwas, was mir, was ich mir wünschen würde, dass die einfach mehr über ihre Umgebung wissen und damit auch mehr, sie wissen ja sonst schon, das iPhone weiß ja sonst schon viel, es weiß ja, wo es ist und wo du häufig bist und all diese Sachen sind ja schon angelegt, aber wenig davon wird wirklich genutzt, um halt das Gerät oder das Betriebssystem und alles schlauer zu machen. Also in gewisser Weise dem Apple-Spruch folgend connecting the dots, also du hast diese vielen Ansatzpunkte und jetzt geht es darum, die Punkte vielleicht nochmal zu verknüpfen dann stärker. Es wäre schön, ich meine, da hat man natürlich jetzt auch ein bisschen die Sorge oder zumindest eine Sorge, die bei mir mitschwingt, ist, dass tatsächlich dieser Batzen an Regulierung Apple eher bremsen wird, manche Initiativen vielleicht voranzutreiben, weil sie die halt natürlich aus ihrem alten Blickwinkel sehr singulär auf ihre eigene Hardware und das Drumherum ausrichten und damit halt immer gegen irgendeine, jetzt plötzlich gegen irgendeine Regelung zur Interoperabilität oder was auch immer es sein mag. Sie stoßen jetzt sehr schnell plötzlich in bestimmten Regionen dann eben an bestimmte Regelungen und es macht es auf jeden Fall komplexer vielleicht als früher, wo sie halt da einfach vor sich hin werkeln konnten, bis sie halt irgendeine Art von Produkt sich überlegt hatten und das halt, und das halt dann einfach auszubauen, ohne da sich drum zu scheren, dass irgendein Regulierer sagt, so, hallo, das geht jetzt so, aber nicht. Ja, ich würde anknüpfen und würde tatsächlich mir wünschen, dass das Smartphone noch eine aktivere Rolle einfach einnimmt in der Art und Weise, wie es dich durch deinen Alltag begleitet. Also dieses, Apple hat es ja immer nochmal beworben, der Marketing, die Marketingbezeichnung ist mir entfallen, aber es ging so auch in die Richtung so proaktiv, soll dich dieses Gerät, es soll vorausahnen, was deine nächsten Schritte sind, weil wir Menschen ja doch dazu neigen, immer auch in gewissen Mustern unterwegs zu sein. Wenn man sich mal kritisch reflektiert, merkt man das ja auch, man hat ja tatsächlich sehr viel Routinen im Alltag, zumindest gilt das für mich, ich weiß nicht, ob das für alle unsere Hörerinnen und Hörer auch gilt, aber wo einfach kleine Handreichungen seitens eines digitalen Gerätes dann denkbar wären, dass es dir einfach anbietet, irgendetwas jetzt zu machen, wo du jetzt eben dann, ach, jetzt muss ich, ich wollte auch jetzt noch, ich höre morgens mal Podcast, also muss ich jetzt erstmal wieder die Podcast-App aufmachen. Klar, ich kann einen Kurzbefehl machen, aber auch der wird mir ja nicht offeriert, auch da wird nicht gesagt, hey, du hörst jeden Morgen um die gleiche Zeit Podcast, willst du einen Kurzbefehl dafür haben? Ich habe für dich schon mal einen zusammengestellt und da sehe ich für mich auch so eine sinnvolle Ausbaustufe von KI jetzt, die mich in irgendeiner Weise besser analysieren kann und ich meine, KI basiert ja eben auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen, also das wäre ja eine Paradedisziplin für die KI, vorherzusagen, was macht der Kerl immer um die Zeit als nächstes und wo könnte ich ihm seinen digitalen Alltag dann so ein bisschen verbessern. Lass uns ganz zum Schluss auf einen Aspekt noch kommen und das ist eine sehr kühle Zukunftsvision, nenne ich sie jetzt mal. Wir haben jetzt ja die Vision Pro am Markt und sie ist ja nun sehr schnell auch in die Diskussion geraten mit Blick darauf, dass sie mindestens das iPad beerben kann, aber im Grunde genommen in Form einer Brille, so wie wir beide sie jetzt gerade tragen, wenn sie irgendwann mal diesen Ausbaugrad erreicht, uns ja eigentlich auch anstelle eines iPhones begleiten könnte. Das ist jetzt sehr in die Glaskugel geguckt und setzt voraus, dass Apple noch ein paar physikalische Regeln aus der Kraft setzt auf den Weg dorthin. Ist das denn für dich aber eine Zukunftsvision, die du grundsätzlich begrüßenswert findest oder sagst du diese Trennung, dass nicht alles wearable ist, sondern irgendwo ich dann auch mehr Kontrolle darüber habe, also vielleicht wirklich sage, ich möchte dieses Gerät separat haben, damit ich es auch mal weglegen kann. Wie stehst du dazu? Ist das für dich erstrebenswert, dass Apple in diese Richtung geht? Also ich hoffe, dass in diese Richtung auf jeden Fall natürlich geforscht und experimentiert wird und wir sehen ja, dass man die Vision Pro ist ja sozusagen jetzt auch ein öffentliches, großes öffentliches Experiment, was zumindest irgendeinen Anfang in diesem Bereich macht, zu überlegen, wie du halt diese digitalen Elemente halt wirklich frei in den Raum bekommst, anstatt sie halt auf dieses Smartphone-Display oder ein Computer-Display halt einzusperren und das ist natürlich faszinierend zu sehen, ob und wann wir eine entsprechende Hardware halt bekommen, die wirklich tragbar ist und sinnvoll halt im Alltag nutzbar ist. Ich glaube, das ist klar, die Vision Pro ist es nicht, abgesehen von ihrem Preis und all den Problemen, die halt da drum herum gesponnen sind, aber trotzdem, also ich gehöre nicht zu der Fraktion, die man ja auch durchaus immer lauter hört, die halt in dem Smartphone irgendwie so die Wurzel alles Übels sieht. Leute sind halt ferngesteuert und schauen nur noch auf ihre Smartphones. Ich meine, das kannst du auch alles beobachten, das sieht man auch draußen, ja, ich bin auch gerade letztes Mal wieder Zug gefahren und ich meine, natürlich, der ganze Zug ist irgendwie, jeder ist so ein bisschen halt in sein Smartphone vertieft und im öffentlichen Nahverkehr kennt man das natürlich auch und kann sich da natürlich auch manchmal wundern, also ob irgendeine Form, ob da halt, also kann das Smartphone, kann das halt langfristig, ist das wirklich die, ist das die perfekte Form, um mit Computer und digitalen Inhalten zu interagieren und ich glaube, es ist eine perfekte Form für die letzten 15 Jahre definitiv gewesen und es ist wahrscheinlich auch noch eine perfekte Form für die nächsten 5 oder 10 Jahre, aber darüber hinaus, irgendwann müsste es eigentlich irgendeine andere Art von Schritt gehen und diese Überlegung, komplett befreit zu sein von so einem begrenzten, räumlich so klar begrenzten Display, ist natürlich eine unglaublich faszinierende Vorstellung, weil wer die, wer sich die Vision Pro Demo angeschaut hat und halt diese Fenster, diese festen, großen, digitalen, fast physisch eben im Raum schwebenden Fenster gesehen hat und erlebt hat, der merkt auch, dass die ein sehr mächtiges Element sind und ein sehr faszinierendes Element, dass du die einfach da hast in deinem Raum und auch wieder verschwinden lassen kannst und wenn du wirklich, wenn wir das wirklich in irgendeiner Form von, sagen wir mal, relativ normales Brillengestell eines Tages bekämen, wäre schon sehr spannend, was dann, was das bedeuten würde für das klassische Konzept des Smartphones. Ich glaube letzten Endes auch, dass das eigentlich der Weg ist. Mich erinnert das Ganze sehr stark so an, ja, um das auf ein einfaches Beispiel runterzubrechen, das Auto mit dem Navigationssystem. Wir haben uns das sehnsüchtig doch immer gewünscht, dass man eben eine computerassistierte Möglichkeit hat, eben langgelot zu werden zum Ziel und wenn man heute mit dem Auto fährt, man möchte das nicht mehr missen und ich glaube, in diese Richtung geht das auch. Diese Integration in so einen Alltagsgegenstand wie eine Brille und dass ich nicht mehr dieses separate Gerät habe, würde, glaube ich, sehr schnell eine sehr komfortable Dimension annehmen. Aber es würde eben auf der anderen Seite und das gibt es beim einfachen Beispiel Auto ja auch schon, ich meine, die große Angst ist, die Menschen sind halt ohne diese Geräte orientierungslos. Manche sind nicht mal mehr in der Lage, in der gleichen Stadt von A nach B zu kommen, weil sie einfach immer stumpf nach dem Navigationssystem fahren. Man beobachtet das ja auch im Straßenverkehr und ich glaube, das wird natürlich auch blühen. Mit jeder Technologie, die uns unterstützt, kommen natürlich auch mal neue Probleme und je näher uns diese Technologie rückt körperlich und je mehr sie auch, sage ich mal, unseren Alltag eben übernimmt, das Smartphone zeigt das par excellence, desto mehr kämpfst du natürlich auch mit neuen gesellschaftlichen Herausforderungen und die des Smartphones haben wir längst noch nicht abgearbeitet. Wir sind ja immer noch in der Findungsphase, dass wir diese ganzen Phänomene, die das Smartphone ausgelöst haben, ja überhaupt erst mal bilanzieren und dann im nächsten Schritt analysieren und gucken, wie können wir dem entgegenwirken und wie können wir als Gesellschaft wieder hoffentlich besser werden und können diese Smartphone-Probleme überwinden, die da aufgekommen sind, bei allem, was es positiv in unsere Leben gebracht hat. Ja, also ich glaube ja, das wird nur ein sehr großes Thema werden, über das wir sicherlich auch irgendwann uns mal unterhalten können, wenn wir nur mal annähernd in die Richtung gehen sollten, dass Apple das Geräte technisch hinbringt. Ich bin sehr gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt auf die Zukunft, was wir in zehn Jahren da für Geräte vorfinden und ja, wie wir dann auf unsere heutigen Diskussion zurückblicken. Ich würde sagen, Leo, wenn du jetzt nicht nur etwas hast zur Horizonterweiterung in Sachen iPhone-Weiterentwicklung, dann können wir eigentlich diese Runde beschließen, denn es ist ja gar nicht mal so lange hin, bis wir dann tatsächlich ganz greifbar Neuigkeiten in Sachen iPhone bekommen, die 16er iPhones. Mal gucken, was da sonst noch kommt. Vielleicht gibt es noch ein paar AirPods. Wir haben ja auch kürzlich darüber gesprochen, hier im Mac & iPodcast. Vielleicht gibt es ja auch dann auch noch oder ziemlich sicher gibt es auch was in Sachen Uhr. All das werden wir in einer Sonderfolge besprechen, die wir uns vorgenommen haben für nächste Woche, relativ zeitnah. Wir hoffen, dass wir am Dienstag morgen früh schon in der Inbox der Podcast-App vorzufinden sind, dass man unsere Analyse, wir erweitern auch so ein bisschen unseren Kreis dann für diese Sendung dann hören kann. Natürlich, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen, gibt es viele, viele schöne Artikel jetzt schon im Vorherein und dann natürlich danach auf heise online bei Mac & I sowohl schöne Plus-Artikel, die vertiefen, aber als auch News und Live-Ticker. All das sei wärmstens empfohlen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Leo. Nein, überhaupt nicht. Nachdem wir jetzt so große Sprünge nach vorne gemacht haben, machen wir für nächste Woche mal einen klaren, aber einfachen Schritt und schauen uns erstmal an, was Apple jetzt ganz konkret für diesen Herbst sich noch vorstellt. Und ich glaube, das ist auch, es ist ja schön, immer irgendwie auch in die Zukunft zu schweifen, aber am Schluss ist es dann eigentlich auch nett, einfach diese ganz konkrete Hardware zu haben und sich anzuschauen, was sich da getan hat und was da neu ist. Und Betriebssysteme bekommen wir auch noch, haben wir noch genug Themen, glaube ich, die uns die nächsten Wochen und Monate begleiten. Also keine Sorge, wir sind nicht abgehoben, wir kommen wieder in die Gegenwart an und wer uns dahin begleiten möchte in die Gegenwart, ist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback Podcast at MacNi.de Positive Kommentare auf YouTube, Apple Podcast und, und, und. Also wir freuen uns über jeden Zuspruch, über jeden Like-Klick, über alles Mögliche und Abos natürlich auch. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns bald wieder. Eine gute Woche und uns allen ein spannendes iPhone-Event. Bis dann. Bis dahin. Ciao Malte.